hallo leute wir sind allgamer 2012 ich bin crafter P und ich bin crafter L und wir haben zu sagen dass alle Faces beendet sind also außer die vom crafter M weil wir wissen ja nicht wegen seiner schule und so also es ist jetzt zehnte und man weiß nicht weiter geht ja wir wollen weil es kam jetzt über über einen Monat äh fast zwei Monate einfach keine Videos und ja wollten quasi so von vorne anfangen ja und das haben wir jetzt äh gemacht wir haben jetzt äh ich sag mal so wie ein Plan den wir vielleicht die einhalten werden man kann nicht wissen aber wir probieren es einfach ähm toll 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 und crafter L kann mal sagen der Plan aussieht also wahrscheinlich machen wir dienstag und freitag ein Modpack das jetzt als einzigste LP auf dem Kanal sein wird äh das werden wir halt spielen das kommt nur dienstag und freitag mit Julian adias Messer Refiliers und so und sonntag kommt der in irgendein Spielmodi es kann von Minecraft sein oder auch von anderen spielen dass es halt einfach so ein freier Tag ist also freier Tag im Sinne von man kann sich frei was aussuchen und ich werd mal so sagen dass das Modpack wird dann vielleicht auch nicht immer mit Julian sein äh wir müssen halt gucken wie wir Zeit haben und er Zeit hat und vielleicht kommt dann auch manchmal so folgen ohne ihn und Julian hat ja auch noch ein anderes Let's Play äh das hat er noch nicht hochgeladen aber ich kann mal so viel spoilern dass es mit mir ist äh da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen und wir hatten ja schon diesen Trailer aufgeladen zu Big Seller haben aber es leider nicht mit dem Aufnehmen und so alles geschafft deshalb wird Big Seller jetzt in Folgen unterteilt statt ein großer Film und die erste Folge wird in den nächsten Jahren zu dann online kommen und die Folgen kommt dann auch halt unregelmäßig ja und es werden vielleicht drei Folgen oder so oder vier ja ich schätze mal so drei ja im Hintergrund sieht da ein ähm was man das nennen Gameplay genau Gameplay von Lukas und mir da haben wir ähm Dings gespielt wie heißt es Syndicate Games genau und war besser ganz einfach ja wegen der neuen Tastatur genau ey Leute ich hab so eine neue Tastatur die die ist einfach es ist so wie eine Apple Tastatur nur ein schwarz und läuft über Funk kann ich nur jeden empfehlen so Leute das war's was jetzt ehrlich ähm wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen hoch da und noch mal danke dass du uns nicht die abonniert habt so schön fleißig unsere Videos schauen dann sagt jetzt auch noch was sagen bis dann sagt Craft.P Ciao ciao und tschüss Hallo Leute wie sind es euch immer 2012 ich bin Craft.P und ich bin Craft.L und äh ich hab was Skype angeschrieben so gut hier so wohl dann sprechen wir höh wir sollten das arrangier Was ey wir sitzen bestimmt nur morgen hier und lachen und einfach ja Sieben wöööööööööööööööööös Hallo Leute wir sind zu Eu如何 Aaaah Au Na ha Wöööööööööööööööööööööööööööööööööööööitä Das ist ein trauriges Stück. Sonst würde ich immer anfangen. Hi Leute, wir sind zu Eingewein 2012. Ich bin Christoph P.